So, da bin ich auch schon wieder zurück mit den nächsten Aufgaben, nämlich wir müssen wieder eine Geräteverbindung machen, genauso wie die ganze Zeit, jeden Dienstag, immer schön im Wechsel, fliegt da hin, hört ihr an was du machen sollst und dann machen wir die Aufgabe. Ist zwar ganz nett, klar, aber sind halt, in meinen Augen leveln wir inzwischen zu schnell, also wo müssen wir hin, ich markiere das Ganze mal gerade schnell für euch, da müssen wir hin, achtet bitte auf die Minimap, weil auf der Minimap seht ihr das Ganze nämlich auch schon, habe ich aber auch schon hundertmal jetzt gesagt, ich zeige euch einfach ganz einfach, wo es ist und auch direkt die nachfolgende Aufgabe, hier müssen wir nämlich danach so drei Dinge einsammeln, die auf dem Wasser schwimmen, aber wir gucken uns erstmal das an, denkt dran, vergesst bitte nicht ein Like da zu lassen, würde mich sehr freuen, hier unten ist erstmal ein Lama, Ja, ich habe schon gesehen, bei anderen YouTubern, da landen gefühlt zehn Leute, ich gehe aber jetzt erstmal hin, ich will nämlich auf jeden Fall mir jetzt Gequatsch anhören, wie gesagt, da müssen wir hin, zack. Also, wir müssen Störsender platzieren, ich wette, ich werde jetzt direkt tötet, oder was hat er vor, wetten? Na, er macht gar nichts, oder es ist ein Bot. So, ich bin aber jetzt erstmal raus, euch auf jeden Fall viel Spaß noch beim Leveln, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in den Kommentaren, vergesst nicht ein Like da zu lassen, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein!